Ich mache hier ein Intro. Du machst gerade ein Video, oder was? Ich mache ein Video, wie ich ein Video mache. Super, läuft ja hier. Aber der Lift läuft wenigstens. So Leute, die Liftfahrt war schon anstrengend. Wir machen jetzt erstmal wieder Pause. Aber der Ausblick ist schön von hier oben. Der schneller ist hier. Habe ich dir doch gesagt, dass der schneller ist. Der überholt uns. Ja Leute, und damit mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder im Bikepark Harnklee unterwegs. Wir haben noch eine Karte, wo noch 5 Abfahrten drauf sind. Die müssen wir irgendwie wegkriegen. Und das machen wir heute. Alter, die Rondomaschinen. Ah, erst ab da vorne ist die Schiebestrecke. Wann fahren auf der Route? Sagst du? Ja, nein. Neuschauen. Na dann? Witzeprof? Witzeprof? Nein, aber das macht Klassiker. Boah, noch gar nicht warm hier. Eigentlich müsste ich Flowtrail fahren. Oi! Oi, 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 oi! Das war's. Es wird auch ein bisschen knollet. ja leute marcus hat ausgesucht er will die enduro fahren was habe ich? letztes wort war enduro hey wir müssen noch die downhill fahren wir müssen noch den racetrack fahren und wir müssen noch die a-linie fahren drei übrig guck mal hier haben sie was freigeschnitten guck mal hier guck mal hier Ah, das ist gut. Deswegen habe ich den Sattel oben. Ah! Ah! ah gut, oben lang war das ja passt oh ah saugeil! fahren wir vorne rein jo pass Oh, das ist ein Rennstück, oder? Oh, das ist ein Rennstück. Oh, das ist ein Rennstück. Oh, das ist ein Rennstück. Und jetzt geht die Quälerei los. Oh, das ist ein Rennstück. Oh, das ist ein Rennstück. Oh, das ist ein Rennstück. Okay. mal ein bisschen luft holen wo gehts denn hier lang? ah schade wo gehts denn hier? wo gehts denn hier? egal scheiße mach 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 den Teil kenn ich nicht mehr den Teil kenn ich gar nicht mehr ja ich auch nicht was war das denn? hey das wackelt ja wirklich ach nein ja tatsächlich noch nie hier oben gewesen ja also erstmal bis zum road cap bitte boah ich bin ha 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 ja 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 ich mach heute nicht so weht ja ja das ist nicht wild ja 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 ich glaube die funktioniert erst beim zweiten mal richtig so 2 Null Rest. Ja, Fazit Tarnklee. Ich würde sagen, Lift. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Scheiße. Strecken lohnen sich einfach. Die machen einfach Spaß. Auch wenn die gerade nicht sonderlich gepflegt sind. Aber die haben halt was. Die haben ihren eigenen Charme. Macht halt Spaß. Trotz alledem. Oh, das ist aber nochmal nett hier. Die sind glaube ich die letzte. Sehr nett. So, schönen Feierabend dann gleich. Schönen Feierabend. Die dürfen vorfahren, ne? Ja, ist ja gut. Fixst du den auch? Ich kriege hier keinen Flow. So. Nicht gekämpft. Alter. ja habe ich gemerkt erledigt ok da war ich ein bisschen früh dran ui guck mal frisch geshaped jetzt siehst du gar nicht wo du hin musst alter ist das crazy gar nicht schön vor allem wenn man nicht sieht wo man hin muss lecco mio ja ja Auf geht's! Leute, das war's mit Harnklee, hat Spaß gemacht.